Hallo und herzlich Willkommen zu Harry Potter, äh, Lego Harry Potter, Lego Harry Potter, das ist schon sehr wichtig. Ähm, ich wollte dieses Mal anders anfangen, eigentlich zuerst den Trailer betrachten, weil ich glaube, wir haben ihn noch nie gesehen. Wobei, wir starten einfach, wir starten. Ähm, ich weiß nicht, Trailer das nächste Mal oder so kann man ja angucken. Aber ich glaube, so wichtig ist der Trailer eigentlich nicht, von daher kann man das eigentlich sein lassen. Ähm, wir waren stehen geblieben im dritten Schuljahr, am Anfang. Ich habe mich ziemlich doof, glaube ich, angestellt. Äh, alles gleich sehen. So, weiter, danke schön. Das lädt jetzt wieder. Ähm, es ist übrigens eine sehr doof Idee. Ich habe schon mal um 5 Uhr aufgenommen. Äh, ich rede trotzdem weiter, das kennt ja jeder. Äh, wie gesagt, ich habe schon mal um 5 Uhr aufgenommen und habe mir gesprochen, das nicht mehr zu machen. Jetzt sage ich, es ist scheißegal, aber man, es macht, solange es nach dem Aufschluss ist, ist es eine doof Idee. Eine sehr doof Idee. Ich warte halt schon einkaufen. Aber, Ich bin noch immer ein bisschen müde. Ich glaube, wir überspringen das jetzt mal. Natürlich geht das nicht. Geht das? Nein, das kann man nicht überspringen. Schade. Hätte ich die Filme schon mal geguckt, äh, vor kurzer Zeit, würde ich sagen, ich gucke es jetzt wieder, aber... Hm. Ich hasse es, wenn man nichts überspringen kann. Ich komme mir immer noch nicht klar. Ich glaube, es ist lieber gewesen, wenn er gerutscht wäre. Der Bus erinnert mich eigentlich auch an etwas. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das zeige dieses Mal. Mal gucken. Weil, wenn wir nicht in Kringitz gehen, also in die Zabara-Bank, äh, gibt es extra Level. Tritt auf, Bernie. Bernie oder Bernie? Hm. Ich weiß es nicht. Das hört sich beides gleich an. Ich muss aber zugeben, dass sie dabei schlafen können. Mein Respekt, dass sie das können. Ich könnte es ja, glaube ich, nicht schlafen. Ach, jetzt müssen wir den ganzen Kack schon wieder machen. Ich lasse es jetzt überspringen. Nein, natürlich kann ich das nicht. Was ich allerdings traurig finde, dass es, ähm, egal Buch oder Film, es wird ja bis zum Schluss, ähm, gesagt, dass... Ach, komm schon. Hallo. Geh mal doch mal zum Weg, bitte. Ich weiß auch nicht, warum der Affe jetzt gerade hier ist. Jetzt kann ich erst mal ein bisschen was kaputt machen. Äh, genau. Was wollte ich sagen? Jetzt weiß ich es nicht. Ich mach die Schütte. Egal. Äh, egal. Lass mal einfach mal tanzen. Mit sonst nichts zu tun. Was ist das eigentlich? Ähm. Ähm. Das fußt sie mich. Oh, da war ja was. Ähm. Ja, komm her. Komm. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Ich hoffe, es war Wein, du Bullen, das Buch. Ja, ganz ehrlich. Das Buch weiß aber auch nicht, was es will, ne? Ah, ich mag nicht. Ja, ganz ehrlich. Oh! 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 Meine Güte, ey. Ganz ehrlich. Ist auch mal vorbei hier. Ich frag mich echt, ob das das Buch von diesem einen Typ ist. Ich weiß es nicht. Hört auf zu lachen. Sackgesichter. Ja, ich hab's verstanden, dass ich die Blume da reinmachen muss, die irgendwo wieder ist. Er ist einfach verschwunden. Okay. So ein bisschen merkwürdig ist das schon, oder? Ich mein, er lässt einfach so verschwinden. Schlaf. Schlaf. Schlafen da echt noch. Ach, die sind wach geworden davon. Okay. Ja, gut. Man merkt echt, dass ich viel mit der Raddron spiele, weil ich würde am liebsten die ganze Zeit sagen, ja gut, sehe ich ein. Äh, das ist aber eigentlich dein Spruch. Hört auf zu lachen. So. Soll ich mal, dass es so ist, wie ich möchte? Das ist es. Hoh! Wohl! Ist das gerade ein Ernst? Krieg ich erstmal was auf den Kopf, oder was? Ah. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür ich jetzt tatsächlich den Trank brauche. Jetzt weiß ich wofür. Alles gut. Ja. Und du, dann, ich... Komm doch mal weg. So. Jetzt weiß ich wieder wofür. Ich hab's gerade gesehen. Dafür. Ja. Habe ich den auch mal, ne? Ich glaube, hier geht's nicht weiter, nein. So, dann holen wir uns schon mal die anderen Zeug. Uäh. Meine Hasen drehen gerade durch, so wie es sich anhört. So. Ähm. Ich bin schon wieder, da kann ich sie nicht... Schade. Ich wollte ihn gerade mal ein bisschen aufwecken, indem du kannst. Wäre auch mal was. Was ist der dritte Teil? Was hat er da nochmal Besonderes? Eigentlich nichts. Äh, ich glaube, im dritten Teil... ...hatte Harry auf jeden Fall längere Haare. Das weiß ich noch. Das war's eigentlich. So wirklich am Anfang ist nichts passiert, glaube ich. Die mit den Testralen, das kam viel später. Vielleicht kann man fünftigen Teilen. Oh, wie nett. Ah, stimmt. Das war... Okay, das hat sich lustig angehört. Das ist so nah. Oh mein Gott, hilf mir. Äh, ich wollte gerade was trinken, Leute. Kommt schon. Na gut, dann nicht. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal bitte vorgehen, Madam? Nein? Nein? Ja, da ist sowas. Ernsthaft? Dadurch habe ich ihn gerettet? Geht mir schon ein bisschen auf den Sack, ne? Na, egal. Okay, ich werde jetzt mal den Zauber wechseln. Moment. Sonst, ähm... ...dauert mir das zu lange. Boah, jetzt bin ich ja auch noch Paktis, oder was? Wow. Hallo? Ich bin ja echt jetzt noch Paktis. Gehst du mal aus dem Weg? Ey. Wie ärgert er mich jetzt gerade? Nein, nein! Ich will doch das Päckchen da. Dankeschön. Okay, da geht's gerade nicht. Ja, dann gehen wir mal weiter, oder? Seid ihr gerade so doof, dass ich einen Lolli zu nehmen, oder so? Ernsthaft? Ich will aber hier rein. Na gut, gut. Ist mir egal. Ist da schon wieder jemand? Oh, das ist ja auch hilfreich. Oh, das ist ja mit Toren. Yay. Jetzt trinke ich erst mal was. Hä? Was geht jetzt ab? Ne, jetzt ernsthaft? Okay, ich bin kein Zauber-Spruch. Okay. Das wird nicht lustig. Äh, du hast Jot. Das ist ziemlich unspektakulär. Äh, das ist nicht cool. Äh, und was soll ich jetzt machen, wenn er da sonst nicht kann? Äh, das ist nicht cool. Äh, ich bin ein Zauber-Spruch. Ja, das ist nicht cool. Oh, das hat eigentlich auch die Zauber-Spanse zu tun. Wie ist das? steuerung sehr bedrückend okay warum nicht dafür hat man die zeit auf jeden fall bestimmt und jetzt kann ich ihn schieben oder jetzt ron geht doch mal noch kommentar ja ist gut ich habe es verstanden doch jetzt ab man ganz ehrlich boah alter in anderen zauber hab ich das gefühl immer auf jetzt ja 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 Also, ich bin gerade ein bisschen nicht so begeistert von Steuerung. Oh, wotah ich das jetzt hin? Ah, das ist okay. Ich mach das nochmal und ich klatsche. Das hackt, ey, sowas unfreundlich ist. Ich weiß nicht, dass du mal beschäftigt bist oder so? Mhm. Ich wollte gerade sagen, das geht aber von alleine, oder? Minder oder weniger von alleine. Das kennen wir ja schon, was hat passiert. Also, das Geld muss halt einfach mit sein. Aber ich glaube, ich bin immer noch bei kalten Millionen. Das nervt. Mensch, geh doch mal aus dem Weg. Hier, geh mal nur dahin. Alles klar. Was auch immer jetzt rausgespuckt wird? Irgendwas Großes. Okay. Warum nicht? Ja. Hat der Möbel auf euch zu bewegen? Sie kann sich in eine Katze verwandeln? Ist das gerade ihr scheiß Ernst, was ich da gesehen habe? Ah. Okay, das ist lustig. Das war mega lustig. Da finde ich. Mach mal hier. Huh. Ah, okay. Du kommst hier? Einfach in den Rückschießen. Oh! Das liegt schon hiermit! Okay, das dachte ich mir schon, dass da nichts wirklich weiter ist, aber sehr gut. Ähm. Toll. Egal. Aber ich habe jetzt am ersten Mal zwei Symbole für die Flagge bekommen. Oh! Okay. Das könnte ich besser machen. Komm immerhin näher. Das dauert so stundenlang, aber hey! Ich glaube, wir machen die Geschichte auch fortsetzen. Oh! 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 Okay, es ist wirklich gut gelöst mit den Stimmen. Oh! 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 sehr schön da gibt es ein geld schnitt gleich für das flieche cool also ich habe jetzt aber komisch finde warum perry jetzt nicht mit drin war vermutlich kommt jetzt gleich eine frequenz und da wird es dann gezeigt das könnte es sein ich habe kein alohomor man sieht kann ich da nicht hin ich da ist er nicht okay warum muss ich mich nicht wie gesagt vermutlich wirklich weil er es in der fremsequenz bekommt und das kann ich mir das richtig nicht mehr ständig bin da muss ich ein bisschen näher gehen so der die anderen menschen fleißig eigentlich wollte ich das da Ah, jetzt hab ich's gerade gehabt. Nee. 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 Egal. Komm. Jetzt stehe ich hier noch wie ich, glaube ich. Und links oben rechts. Okay. Da kann ich auch wieder zaubern. Ja. Oh, sorry. Eigentlich nicht, aber... Naja. Ich glaube, hier hab ich sonst nichts weiter. Bis auf die hier. Oder das hier. Okay, da muss noch eine sein. Okay, hier. Oh, da hab ich was. Bahnhofswaffe? Ich war keine Bahnhofswaffe? Ach, scheiße. Na gut. Okay. Ja gut, äh, ich würd' sagen. Ich wüsste sonst nicht. Na gut. Ja, ich hab' jetzt gedacht, vielleicht springt da noch was raus, aber ist okay. Ich guck' erst mal, wo ich langen muss. Je nachdem, wo ich langen muss. Werde ich nämlich erst mal zu Ringen jetzt gehen? Aha, ich muss da langen, aber wie? Ja, das ist toll, aber wie? Da ich jetzt schon stehe, ja, vor dem Wies stehe. Boah, ich muss mich jetzt auftreiben. Nee, dann würde der doch herstehen. Wie auch immer, ich werd' das, ähm, später, also das nächste Mal machen. Ich werd' das erste Mal mich in den Trap für den Kessel und zu der Gwingen gezwangt gehen. Damit man sich mal die anderen Leveln angucken kann. Ich glaub' mal, ich bin jetzt schon relativ weit fortgeschritten mit der Geschichte, deswegen kann ich auch mehrere Verliese öffnen. Äh. Und dadurch kann man dann halt auch Level frei spielen. Und ich glaub' auch das nötige Geld, was man eigentlich braucht für die verschiedenen Zauber, äh, sich sozusagen ergattern. Guck' mal. So. Ja, Malfoy, du bist, ähm, charmant, nett und überaus hilfsbereit. Nehme ja noch einen ziemlicher Angsthase, aber das ist okay. Da ist aber noch kröberlich, komm' damit nicht klar. Er ist halt wirklich tot. Darf ich jetzt bitte? Okay. Wow. Was war das denn gerade? So, jetzt sieht man halt hier. Die verschiedenen Sachen. Ich guck' jetzt mal, wie weit... Oh, sorry. Ich guck' jetzt mal, wie weit das geht. Ja, komm. Zwei hab' ich schon. Wie sieht das... Also es sind mehrere Level, die man machen kann. Ich guck' auch gleich dann ins erste rein. Boah, das geht echt weit. Haben tief viel, das war sogar weihfrei geschaffen. Wow, das sind echt viele. Ich glaube, für jedes Jahr, äh, für jedes Kapitel, eigentlich. Ah, Leute. Ja, komm. Dankeschön. Äh. Das ist da auch mal irgendwo ein Endesentricht oder so. Äh. Ah, hier. Hier ist Stopp. Hier ist Stopp. Okay. 39, 40. Ab hier, Stopp. Okay. Da brauch' ich steil dafür. Na gut, dann ist es halt so. Da brauch' ich jetzt aber schon mal hier fix fertig. Das find' ich auch nicht schlecht. Ah, ich hab' soweit eigentlich alles fertig. Okay. Ja gut. Ähm, wir gehen ins erste Level rein. Äh, wenn ich weiß, wo der Anfang ist. Ach, da ist er. Okay. Erstmal noch die Besen hier, natürlich. Besser gesagt, das sind keine Besen. Und jetzt brauchen wir die... Ich... Nicht. Na gut. Kann ich jetzt hier einfach reingehen? Ah, ich hab' doch zu ihm gewechselt. Ich hab' das noch nicht gesehen. Und ich muss den Druck halten, hab' ich gerade gemerkt. Hahaha. Witzig. Nicht. So, das ist eins. Okay. Und noch was soll ich spielen? Mach' mir einfach mal. Hm. Okay. Sisch dich bitte. Äh. Das könnte, glaub' ich, ein bisschen dauern. Äh. Ähm. Okay. Das geht auch. Äh. Okay. Äh. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. Schiss. Oh Gott. Also, ich glaube, das Bonus sagt, dass du sehr viel zerstören musst. So wie's aussieht. Ah. Äh. Noll. Okay. Okay. Ich glaube. Das lass' ich jetzt so. Und wir gehen dann dort rein. Wenn ihr sagt, ich soll was machen. So lange machen wir nämlich einfach die Geschichte weiter. Aber ich glaube, das sind sehr, sehr viele Bonuslevel. Vielleicht mach' ich das auch einfach außerhalb. Ich weiß es doch nicht. Entschuldigung. Ich bin, wie gesagt, müde. Ähm. Ein bisschen gut vorangekommen. Ich glaub', es ist auch ne gute Zeit. Und wir machen dann bei Hogwarts weiter. Genau. In Hogwarts müssen wir weiter. Aber das ist, ähm, für das nächste Mal vorbehalten. Ich werd' mich jetzt um das Video kümmern, damit es, ähm, zusammengestarrnert wird und so weiter. Ich wünsch' euch allerdings noch ein schönes Wochenende. Und einen guten Start in die nächste Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Absolut. Tschüss. Vielen Dank.